hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute habe ich den lesemonat aus dem monat september für euch insgesamt wurden es sieben bücher und auch alle sieben habe ich hier in printform neben mir liegen also diesen monat habe ich tatsächlich gar kein ebook gehört gelesen dafür aber manche bücher zwischendurch mal als ebook gehört so ich habe diesen monat sogar eigentlich drei body reads davon gehabt wobei wir im endeffekt doch nur zwei als body read gelesen haben und das dritte irgendwie dann jeder doch wieder für sich gelesen hat aber das erkläre ich euch wenn ich euch die bücher zeige was ich damit meine ich würde sagen wir starten auch direkt mit dem ersten body read ich habe jetzt nur die bücher büchsen ausgabe ohne schutzumschlag hier zur hand weil ich mir once upon a broken heart bei der bücher büchse bestellt haben mit diesem wunderschönen hardcover design da gab es ja ein riesen shitstorm ich weiß gar nicht mehr genau was da los war ich habe nur im endeffekt im nachgang mitbekommen als ich es irgendwann mal auf instagram gezeigt habe dass es da wohl ein riesen diskussion zum farbschnitt gab also wenn da jemand noch mal weiß was da los war kann das gerne mal in die kommentare hacken ich kriegs einfach nicht mehr komplett zusammen ja der schutzumschlag steht auch jetzt doch hier in meinem regal den hätte ich euch eigentlich auch noch zeigen können wenn ich jetzt wüsste wo er steht das ist eine sehr gute frage ich weiß es gerade nicht habe mein bücher regal umsortiert seitdem finde ich einfach gar nichts mehr aber ich jetzt im nächsten nochmal umsortieren müssen und da werde ich euch dann auch noch mal mitnehmen weil ich da eine große putz und ausmissaktion mache und könnte spannend werden ja und support a broken heart von der lieben stephanie gaber ist das erste buch das ich tatsächlich von ihr gelesen habe es ist quasi so eine art spin-off zur caravan reihe die ich tatsächlich noch nicht gelesen habe und als wir den buddy read angefangen haben kam dann so einen tag vorher ja habt ihr eigentlich die vorgänger reihe gelesen im endeffekt habe ich die story auch verstanden ohne die haupt reihe zu kennen wir haben den buddy dann weiter gemacht und haben das buch auch zusammen beendet zwei davon waren begeistert da gehöre ich dazu und zwei davon war nicht so begeistert und jesse hat es auch schon weiter gelesen mit band 2 und ich weiß nicht ob sie bei drei jetzt auch schon gelesen hat aber ich habe gesagt ich möchte jetzt erst noch die caravan reihe lesen weil ich doch gerne erst die hauptgeschichte davor kennen würde bevor ich hier weitermache ich habe zwar auch so verstanden aber irgendwie hat mein monk in mir gesagt nein lies jetzt bitte zuerst die haupt reihe und dann liest du hier weiter vor allem weil ich mir die bücher hier dann natürlich auch als band 2 und 3 in dieser version kaufen wollen würde gab es die ganze zeit nicht und dann hat mir tessie geschrieben guck mal die machen einen restock ja das habe ich mir band 2 und 3 bei der bücher büchse bestellt in diesem design band 2 kommt glaube ich jetzt im oktober raus noch mal und band 3 erst im dezember und bei der bücher büchse ist dann halt auch so dass dann eben beide bücher der bestellung erst im dezember geliefert werden das heißt ich habe jetzt noch ein paar wochen zeit die caravan reihe zu lesen beziehungsweise band 1 habe ich fast beendet beziehungsweise jetzt wo ich das video drehe habe ich schon beendet aber ich habe es im september eben nicht mehr geschafft die caravan reihenauftakt zu lesen deshalb werde ich euch im nächsten monat erzählen wie der mir gefallen hat aber jetzt kommen wir endlich nach vier minuten zu diesem buch es geht um evangeline fox und die ist ja in ihren besten freund quasi verliebt der allerdings ihre schwester heiraten soll und da passieren einige seltsame dinge auf dieser hochzeit und dann kommt der prinz der herzen und schlägt ihr einen deal vor aber er ist einer der schicksalsmächte und mit denen lässt man sich bekanntermaßen eher lieber nicht ein als tausch zur rettung der hochzeit möchte er drei küsse von evangeline haben und die möchte auch einlösen zu seinen bedingungen und zu seinem zeitplan also wenn er sagt so du musst jetzt den und den küssen dann muss sie das tun und ja diese küsse bedeuten eben andere dinge als evangeline ahnt sagen wir es einfach mal so die geschichte lässt sich super schwer erklären es ist einfach eine geschichte voller magie voller wunderbarer charaktere voller intrigen und machtspielchen und diese schicksalsmächte verbergen eben noch viel viel mehr als man auf den ersten blick denkt ich habe die den reinauftakt super gern gelesen es hat von mir glaube ich auch viereinhalb sterne bekommen ich bin mir gar nicht mehr sicher ich glaube viereinhalb habe ich gegeben bin auch sehr sehr gespannt wie die geschichte weitergeht weil ich evangeline einfach mega cool findet und jacks die schicksalsmacht auch mega cool findet aber es gibt noch so viele andere charaktere die hier ein und ausgehen und bei dem ein oder anderen hoffe ich dass wir da noch mehr erleben werden machen wir nach einer kurzen unterbrechung weiter mit dem nächsten buch crown of blood and ruin war das nämlich das ist der dritte band der broken kingdom reihe ich habe band eins und zwei schon unheimlich geliebt ich liebe elise und ich liebe lichen gray oder valen oder wie wir ihn auch immer nennen wollen es geht nämlich um fei es geht um elise deren vorfahren dem feikönig die krone gestohlen haben und jetzt versuchen müssen an der macht zu bleiben oder den thron für sich weiter zu beanspruchen da wurde in band 1 nämlich dann gesagt dass elise heiraten soll und legion gray war quasi ihr mitgift unterhändler allerdings wurde das königreich angegriffen und ihre schwester sitzt seitdem auf dem thron und sie ist nicht gerade die netteste sagen wir es einfach mal so ich kann jetzt nicht zu sehr auf die story eingehen weil es eben der dritte band der reihe ist aber wenn ihr auf intrigen und gerade auch familiäre intrigen und macht kämpfe und co steht dann ist das buch definitiv was für euch ich finde auch dass die autorin ist sehr gut geschafft hat den charakteren eine große entwicklung zu bescheren also wenn man elise von mann eins betrachtet und dann sieht man eben dieses mädchen dass ich sag mal unbekümmert durchs leben geht lieber ja ihr eigenes ding macht anstatt nach den königlichen regeln zu spielen und wenn wir jetzt elise in band 3 betrachten die um so viele facetten bereichert wurde und so an sich gewachsen ist einfach ja es hat mich einfach sehr begeistert das mit anzusehen und wählen ist auch einfach ein richtig toller charakter der richtig spaß macht zu sehen wie er agiert wie er gerade auch mit ihr agiert wie er mit seinen freunden umgeht wie er mit seinem königreich und seinem volk umgeht es macht einfach nur mega viel spaß und ich kann euch sagen in diesen drei büchern gibt es so so viele plot twists die ich nicht habe kommen sehen wer eben auch fähig steht sollte ganz ganz dringend diese reihe lesen dann habe ich im september noch eine neue reihe gestartet ja ich habe gesagt ich werde nicht mehr so viele starten aber ich habe auch mit crown of blood and rune eine beendet also wir sind gleich wieder auf demselben stand ich habe die crowns of nirxia reihe gestartet the serpent and the wings of night habe das zusammen mit ein paar mädels lesen wollen hat dann aber nicht so geklappt also habe ich es alleine gelesen und wollte dann eben band zwei mit meiner freundin weiterlesen allerdings hat die aktuell corona und musste dann pausieren dementsprechend habe ich beim zwei im september noch nicht beendet bekommen aber band 1 und hier begleiten wir ich muss noch mal gucken wie sie heißt die adoptierte menschentochter des vampirkönigs wie heißt sie denn oraya so das ist ein name den kann ich mir einfach nicht merken ja oraya ist die adoptiv tochter des vampirkönigs ihre familie wurde damals getötet und der vampirkönig hat sich ihrer angenommen weil sie ihn irgendwie an sich selbst erinnert hat er ist eigentlich gar nicht so der herzensgute und menschen gegenüber schon mal gar nicht aber irgendwie hat sie was in ihm geweckt was ihn fasziniert hat im laufe des buches erfahren wir auch noch mehr über die hintergründe warum er sie reaktiert hat und warum er genau dieses menschenbaby mitgenommen hat nach dem krieg ja aber oraya möchte halt nicht immer nur die menschliche adoptiv tochter des königs sein sondern möchte sich eben beweisen sie möchte eigentlich mit ihm auf einer stufe stehen und da bietet sich eben dieses kichari turnier an wenn sie dort nämlich als siegerin hervorgeht kann sie der göttin noaxia einen wunsch widmen oder kann bei ihr einen wunsch äußern und ihr wunsch ist es eben dass sie mit ihrem vampirkönig vater ziehvater auf einer stufe steht sie kriegt im kampf einen unerwarteten verbündeten nenne ich es jetzt einfach mal mit dem sie eben dieses turnier bestreitet weil es verschiedene prüfungen gibt und zu der ein oder anderen braucht man eben einen partner und ihrer ist eben sehr sehr unkonventionell und dass das team so gut zusammen spielt ist eigentlich eher unwahrscheinlich allerdings verstehen sie sich sehr sehr gut gibt noch ein drittes team mitglied quasi die beste freundin von ihrem partner ich weiß aber kann rein genau rein heißt ja und die beiden sind so ein gutes team dass irgendwann eben ja richtige freundschaft entsteht und es auch das ein oder andere mal sehr sehr knistert insgesamt habe ich dem buch glaube ich vier sterne gegeben weil es so ein paar punkte gab die mich gestört haben unter anderem eben dass andauernd erwähnt wurde dass ja alle vampire jagd auf sie machen und dass jeder ihr blut riecht und dass jeder hinter ihr her ist und sie wird auch diverse male beinahe getötet da müssen wir nicht drüber reden aber im weiteren verlauf des buches kommen eben fakten zu tage wo ich mir denke warum wird am anfang so ein riesen fass aufgemacht wie gut ihr blut riecht wenn ja da noch ganz andere faktoren mitspielen und irgendwie hat das für mich dann auch nicht ja nicht den sinn gemacht dass man das so oft erwähnen muss ich bin jetzt mal gespannt auf band 2 weil meine freundin weiterlesen möchte da geht es nämlich auch schon direkt nach dem cliffhanger hier stark weiter und ich bin ja sehr gespannt dann hat es tatsächlich noch mal ein einzelband auf meiner leseliste geschafft und das buch habe ich euch auch schon ein paar mal gezeigt das wäre nämlich neverland prince von liss rosen und ich habe glaube ich wirklich fast kein so schönes buch in letzter zeit in der hand gehalten sowohl das cover ist wunder wunder wunderschön als auch der buch schnitt ich liebe 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 alles daran ja hier haben wir noch ein lesezeichen drin und eben auch die aufmachung das ist einfach das schöne an selbst publischern die können sich einfach austoben wie sie möchten optisch und auch schreibt technisch da sitzt kein verlag dahinter der sagt nee das können wir nicht machen die machen einfach und das gefällt mir sehr sehr gut auch bei mir selbst als selbst autorin hatte gerade wortfindungsstörungen ja neverland prince ist eine adaption von peter pan wie das wort neverland und dieser haken auf den ersten blick schon verraten wenn die landet auf einer insel hat ihr gedächtnis verloren und muss sich da jetzt erstmal durchschlagen gucken wo sie ist und ja vor allem auch die frage beantworten wie sie wieder nach hause kommt sie hat hilfe von peter wird aber peter geschrieben also ich weiß nie wie man es aussprechen soll ich habe immer peter gelesen kann auch sein dass man es peter ausspricht ich habe keine ahnung unter der bedingung dass sie ihm gegen seinen erzfeind captain hook hilft verspricht er eher dass er ihr hilft nach hause zu finden sie geraten in einen riesen krieg zwischen piraten und ja den verlorenen jungs die aber nicht nur verlorene jungs sind sondern es gibt auch verlorene mädchen es wird zwar so nicht genannt aber diese gruppe die man als verlorene jungs kennt besteht eben aus jungs und mädels was das ganze noch mal ein bisschen moderner macht und hier spielt eben noch der faktor eine rolle dass captain hook ich glaube jamison hook genau eben auch ein sehr sehr attraktiver mann ist der zwar schon ein paar jahre älter als wenn die ist aber wir haben hier ein loft triangle zwischen peter pan captain hook und wendy und es ist sehr sehr spicy zwischendurch also nichts für zart beseitete nerven aber ich habe es unheimlich gern gelesen ich bin aber auch allgemein ein sehr großer peter pan fan und würde mir glaube ich einfach jede geschichte dazu auch ins regal stellen weil ich spannend finde was die autoren jeder für sich aus der geschichte machen kann die nächsten beiden bücher kann ich euch auch zusammen in die kamera halten es ist nämlich eine komplette reihe die ich im september gelesen habe und zwar ist das die spark of time reihe von kira licht einmal rendezvous auf der titanic ist band 1 und ein date mit mister da sie ist band 2 wie der name schon verrät geht es hier um die titanic und hier um stolz und vorurteil das heißt wir haben eine familie de grey lilly de grey ist unsere haupt protagonistin sie ist eine zeitreisende sie kann in der geschichte reisen und in band 1 geht es eben darum dass sie und ihr vater den auftrag haben eine ganz bestimmte kette von der familie fortune zurückzubekommen sie sind bekannt als kunst archivare oder als kunstdetektive das heißt man kann zu ihnen kommen und sagen ja ich suche dir die schmuckstücke oder ich suche das und das bild oder whatever und sie gehen nicht auf die suche in der gegenwart nach diesem gegenstand sondern sie gucken wo wurde er in der zeit zum letzten mal gesehen und reisen genau zu diesem zeitpunkt und dann haben wir noch ich würde sagen rei aber so heißt er eigentlich nicht er heißt nämlich damien soll ja genau damien belmont seine familie ist auch eine zeitreise familie und sein vater ist ein bisschen ja obsessed mit diesen zahnrädern mit denen sie durch die zeit reisen und möchte alle an sich bringen deshalb schickt er seinen sohn quasi lily hinterher auf die titanic um gemeinsam oder nein um gemeinsam mit ihr auf der titanic zu sein um ihr ihr zahnrad zu stehlen die beiden verstehen sich natürlich sehr sehr gut und ja damien möchte eigentlich gar nicht für seinen vater arbeiten aber dieser erpresst ihn mit bestimmten dingen und es ist einfach so so cool wie kira diese ganzen tatsächlichen fakten von der titanic sei es jetzt thomas andrews oder die unsinkbare molly einfach in diese geschichte mit einbaut ich hatte konstant gänsehaut als ich es gelesen habe und hatte mir eigentlich auch gewünscht dass in band 2 vielleicht mit dem ganzen setting weitergeht aber nein die beiden kommen zurück aus der vergangenheit und müssen zusammen diesmal wirklich geplant zusammen einen auftrag vollführen und zwar geht es da ins alte england und wir lernen jane austen und ihre familie kennen das heißt ja hier geht es sehr sehr viel um die familie austen die vielleicht auch eine zeitreise familie ist oder auch nicht wir werden es erfahren wenn wir das buch lesen ich habe es gelesen und war sehr sehr begeistert also das ist definitiv eine reihe die ich jedem ans herz legen kann der zum beispiel auch die silber reihe mochte und eben die themen wie stolz und vorteil jane austen oder titanic spannend findet weil einfach sehr sehr viele fakten hiermit eingearbeitet wurden und das fand ich sehr sehr cool band 1 habe ich mit evie zusammen gelesen band 2 wollten wir auch zusammen lesen aber dadurch dass sie dann noch melissa besuchen war und ich noch auf der magic con war und sie dann noch extrem krank war hat sie ist eben schon jetzt vor mir beendet und ich habe es nach der magic con dann fertig gelesen und dann kommen wir last but not least zum letzten buch das ich im september gelesen habe und zwar war das honesty was die lüge und kostet von franzi kopka muss gerade überlegen ja es ist der zweite band einer trilogie band 3 habe ich mir auch schon ganz ganz oben auf die wunschliste gesetzt weil mir diese reihe einfach so so gut gefällt natürlich kann ich jetzt zum inhalt von band 2 wieder nicht so viel sagen aber es geht grob gesagt um mei und ihren bruder nick und um ihre großliebe grayson und um eine welt in der ja es verpönt ist oder es nicht erlaubt ist gefühle zu zeigen die leute die gefühle zeigen werden leier genannt und werden direkt weggesperrt und ja alles was die leute machen ist eben sehr emotionslos und alles wird genauestens von so einem system überwacht und es ist sehr sehr strikt nick als bruder weiß natürlich dass mei gefühle zeigen kann er gibt ja auch immer so tabletten und ihr vater auch die sie quasi so ein bisschen in watte packen allerdings ja nach ein paar geschehnissen in band 1 und 2 wirken die nicht mehr so gut und es gibt auch eine große rebellion und eine untergrundgesellschaft wie das eben in dialogien so ist ich könnte da jetzt ganz ganz weit ausholen das wird allerdings etwas spoilern deshalb möchte ich da jetzt nicht so genau darauf eingehen ich kann nur sagen wer auf dystopien steht der sollte sich unbedingt die bücher von franzi anschauen sowohl die honesty reihe als auch die gameshow reihe also was diese frau da in die tasten gehauen hat und zu papier gebracht hat ist einfach mega ich bin ja seit die bestimmung und co ein riesen fan von dystopien habe auch zwischendurch schon echt nicht so gute gelesen aber franzi hat sich mittlerweile wirklich zu einer meiner liebsten deutschen autorinnen gemausert und das wirklich zu recht weil ihre bücher einfach nur wunder 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 wunderschön sind und wenn einer von euch dystopien mag dann ist die honest die reihe definitiv ein muss ihr lieben das waren schon wieder alle bücher die ich im september gelesen habe sieben an der zahl waren es ich werde sie euch wie immer in die infobox packen da gibt es den link zu amazon und zu talia ansonsten dürft ihr mir gerne verraten welche bücher ihr im september gelesen habt vielleicht ist da ja auch noch das ein oder andere dabei was mich auch interessieren würde ansonsten war es das jetzt von mir ich wünsche euch noch einen wundervollen tag habt fein und bis zum nächsten mal wieder tschüss